So, Futter steht. Alles schön sauber, alles schön frisch. Und ihr wartet auf Wasser, Matschi? Soll ich Wasser, Matschi machen? Ja, mach mal Wasserchen. Geh mal. Geh mal gucken. So, dann machen wir den Matschi sauber. Okay, ja. Auf. So, dann machen wir den Matschi sauber. Oh, dann schaub ich auch nicht. So, dann schaub ich noch. Sauber. Wo ist denn dein Filo? Wo ist denn dein Filo? Hi, Schatz. Schatz. Mein Schatz. Hi, Schatz. Hier hoch und spazieren. Nein, wir sind schon wieder. Komm, wir sind schon wieder. Wollte, dass du nicht beim Knudeln einschließt. Schau, das ist doch echt nöde. Okay, jetzt tue ich schnell Fischl für da? Oh, die Fischl schlafen ja noch. Schau mal, wo das Futter reinfällt. Schon sind sie wach, die Fischl's. Siehst du, ich seh's nicht. Genau, ein bisschen Grasfrühstücken. Jetzt mal auf. Machen wir doch noch einmal auf. Na klar. Die Haaschassen noch mal ausrollen. Bitte schön. Na dann geh auch raus. Na weg. Na geh raus. Geh noch mal raus. Abmarschen. Geh, Silu. Ja, komm hier. Ja, gell Silu. Ja. Alle so fein. Du wirst mal bahn. Du wirst mal bahn. Mein Großer und mein Fischl. Das war's schon. Na ja, gut, dann mach ich wieder zu. Wow! Ja, wer kommt denn da? Will da jemand mitspielen? Will da mitspielen? Boah, du eine Zucht drauf. Bitte loslassen. Loslassen. Ein Christen an der Kralle. Bist du auch kleiner Pause jetzt, ne? Bist du auch kleiner Pause jetzt? Ja, zumindest bei mir. Dann dürfen sie da alle einfach nicht auseinstellen. Nicht, dass sie dann kontrollieren, dass sie das nicht unbedingt haben. Nee. Also, bis morgen, Mäusel.